Ja, ich dachte, heute erzähle ich mal ein bisschen über meine Klassenfahrt, die ich vorgestern mit der Klasse unternommen habe, vom 8. auf den 9. Dezember. Ja, wir waren in Weimar, eine Stadt, die mich zutiefst beeindruckt und auch irgendwie mitgerissen hat. Ja, ein kleines Pläuschchen vielleicht beim Kaffee. Es ist nachmittags gerade, wenn ich das Video hier drehe. Ich lasse mir gerade meinen Kaffee schmecken und freue mich, dass ihr da seid und mir zuhören wollt, wenn ich über Weimar erzähle. Los geht's nach dem Intro. Ja, zuerst habe ich hier mal einen interessanten kleinen Adventskalender von meiner Oma aus den USA geschickt bekommen. Ja, hat es, glaube ich, ganz lieb gemeint meiner Oma. Ja, ich habe da hinten schon einen, aber gut, wird jetzt mein Kamera-Adventskalender. Ist schon eine christliche Motive hier drauf. Ja, ich, okay, da sind gerade Schokoladenstückchen rausgefallen und drunter gepotzelt. Was ich sagen wollte, ja, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Folglich ist meine Oma auch christlich und, ja, daher dieser Adventskalender. Ich wüsste auch nicht, warum ein Adventskalender nicht christlich sein dürfte, also egal. Heute ist der Elfte und wenn ich das richtig gesehen habe, dann öffnen wir mal gemeinsam Tür 11. Die befindet sich hier, die habe ich schon hier gefunden. Da befindet sich ein Stückchen hinter, sogar zwei. Ja, ja, ich muss mal zur Seite, hier nur als Zeit. Und was genau soll das darstellen? Äh, schreibt es mal in die Kommentare. Wieder zumachen hier. Verdammt süß, die amerikanische Schokolade. Weitaus süßer als die deutsche. Aber warum soll es heute nicht gehen? Auch um die Religiosität von mir und meiner Familie soll es heute nicht gehen. Heute soll es ja um Weimar gehen. In Weimar waren wir zwei Tage, also, Hinreise, den Abend und dann den ganzen Tag bis abends. Also, am Abend, also am 8.12. sind wir dann so um 18 Uhr in Weimar angekommen, eingetrudelt und haben uns dort ein bisschen auf dem Weihnachtsmarkt in Weimar umgeguckt. Der Weihnachtsmarkt ist ganz hübsch. Vielleicht habe ich da, ich glaube, da habe ich ein Bild mit. Kann ich euch jetzt einblenden. Ja, Weihnachtsmarkt kennt man. Ist nichts allzu Phänomenales. Sind eigentlich von Stadt zu Stadt relativ ähnlich. Nicht gleich, aber ähnlich. Was aber anders war. Wir waren danach im Theater. Im Weimar Theater. Ganz berühmtes Theater. Direkt neben dem Weihnachtsmarkt. Habe ich auch ein Foto von geschossen. Ist weniger das Theater zu sehen als ich. Ist ein Selfie. Hier mal ein kleines Bildchen. So. Aber was das Wesentliche war, war der nächste Tag. Am nächsten Tag sind wir morgens um 9 hochgefahren. Auf einem Berg. Der da hieß, ähm, wie hießen die auch? Normalerischer Stimme, wie hießen die? Der Ettersberg. Für die Leute, denen das was sagt. Ja, für die Leute, die der Ettersberg nicht sagt. Denen sagt vielleicht der Begriff Buchenwald was. Ja, das sollte man schon mal gehört haben. Das KZ Buchenwald. Konzentrationslager in Weimar. Hier habe ich eine schöne Sammlung an Postkarten. Ich habe mir ein Souvenir mitgehen lassen. Mitgehen lassen, den Schlimmen. Gekauft. Mitgenommen. Ja. Neiste Bilder. Kann ich ja das ein oder andere Mal an die Kamera zeigen. Und... Nun werde ich ja angerufen. Ne. Ne. Du, ich bin gerade bei der Aufnahme. Kannst du mal später anrufen. Ja. Danke. So, ähm... Ja, wo war ich? Ähm... Hier ein paar nice Postkartenbilder, die ich auf jeden Fall mal in der Kamera halten kann. Und werde. Ja. Das ein beeindruckendste Erlebnis überhaupt mal in Buchenwald gewesen zu sein. Hat auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall ein ein schnelles Erlebnis mal in Buchenwald gewesen zu sein. Und das alles gesehen zu haben und wirklich die Grausamkeiten wirklich noch 70, 80 Jahre danach noch dort vor Ort zu sehen. Ja, hier angefangen halt an den Gleisen. Hier. Das Tor von... Wie heißt das? Buchenwald. Ja. Wieder so ein... Oh. Kann ich mal zeigen, auf dem nächsten Bild ist es drauf. Ja. Ein extremer Spruch, die immer mal über den KZ stehen. Jedem das Seine. Ja. Das ganze KZ diente dazu, so hat uns das unser Gruppenleiter gesagt. Die... Häftlinge halt... Häftlinge halt ihren Stammpunkt klar zu machen. Von der Sicht der Nazis aus. Halt schon bei der Inschrift des Tores. Ich kann es nochmal zeigen, wenn ich es finde. Ja, die Inschrift des Tores. Jedem das Seine. Oder... Den schon beim Ankommen zu sagen... Ihr seid dort, wo ihr hingehört. Das ist das, was ihr verdient. Ach, ja. Mich trifft das immer sehr an solchen Orten zu sein und... ... solche Sachen zu sehen. Ja, hier. Die Einzelzellen. Die Einzelzellen. Die Einzelzellen. Die Einzelzellen. Die Einzelzellen. 2x2 Meter. 2 Quadratmeter. Immer stehen und... Nicht sitzen und schlafen können. Das ist... Beliebige... Strafen und... Morde und... Was da alles erzählt wurde. Und krank. Weil... Wirklich... Die Grausamkeit dieses Ortes und die Erkenntnis, wie der Mensch... So... Unmenschlich sein kann. Also... Die Unmenschlichkeit eines Menschen... Widerspricht sich schon im... eigenen Satz. Ja... Unbedingt ein Ort, wo man auf jeden Fall... Hingehen sollte. Also... Man sollte den Kontakt mit diesem... Lager nicht scheuen. Zweifellos ein... Schlimmes Erlebnis, das mit anzusehen. Aber... Es gehört dazu. Es ist... Geschichte... Ja, das war noch nicht alles, was wir in Weimar gemacht haben. Mal weiter zu kommen. Mal weiter zu kommen. Nach dem... KZ... Also nach... Buchenwald sind wir dann... Nach... Wieder zurück nach Weimar in die Stadt zu gefahren und... Haben uns... Haben uns das Museum von Goethe angeguckt. Also... Das Goethe Museum... Und... Das Goethe Haus, wo Goethe dann gewohnt hat. Und gelebt hat. Ja... Als harter... Als harter... Kontrast zu... Dem, was wir an KZ gesehen haben. Ja... Da hab ich mir auch... Das hier gekauft. Ich zeig's mal gleich. Ich wollte nur mal... Ich zeig's mal gleich. Ich wollte nur... Kurz mal sagen, falls mein Onkel da mit dran ist. Mit's zuguckt, soll der jetzt mal abschalten. Ja... Eventuell wird sein Weihnachtsgeschenk hier gleich mal durch die Kamera fliegen. Ähm... Ich hab das... Besorgt, weil... Ich dachte... Mein... Onkel... Den habt ihr schon gesehen am 6. Dezember in nem... Darf hier spoilern, ist schon passiert. Schon vergangen ist kein Spoiler mehr. Habt ihr am 6. Dezember in nem Vlog gesehen, im Adventskalender. Und... Ja... Der steht zu sehr auf Playmobil und... Und wenn er's nicht will, dann behalte ich's selbst. Das ist auch ganz gut hier. Denk mir mal hier wieder hin. Ja... Goethes... Leben und Wohnen... Direkt im... Ja... Im... Vergleich zu KZ, das ist... Ein extremer... Kontrast und... War auch schön, war auch gut, das danach zu machen. Ich hätt's zwar gern davor gemacht, damit man... Damit das weit mehr in... Erinnerung bleibt, weil... Man hat... Das Goethaus... Quasi verdrängt, wenn... Vorher ein KZ war... Weil... Die... Die Gedanken... Die Gedanken vom... KZ... Äh... Die Erlebnisse... Die... Sind jetzt noch... Präsent... Äh... Das nur... Da nur... Durchgegangen zu sein... Ich will mir nicht vorstellen... Was wäre... Hätte ich zu dieser Zeit gelebt und wäre an diesem KZ... Und... Gefangen... Ich könnte vielleicht noch sagen, dass wir in einer wunderschönen Jugendherberge in Weimar übernachtet haben... Ja... Und damit habe ich's gesagt... Da gab's... Sechserzimmer... Wir haben dort in Sechserzimmern geschlafen... Ich mit Klassenkameraden und... Ja... War ganz gut... Dann gab's einen Fernseher in unserem Zimmer... Ja... Aber bevor ich dieses... Video beende... Was vielleicht ein bisschen schweres... Thema hatte... Tut mir leid... Wenn... Das schwere Thema ein bisschen... In der Adventszeit... Draufgeschlagen hat... Ist eigentlich in der Adventszeit nicht so toll... Sollte eigentlich nicht so sein... Ein kalter Kaffee... Bevor wir das jetzt beenden... Würde ich gerne noch eine kleine... Schweigeminute machen... Vielleicht... Macht ihr mit... Anlässlich... Buchenwald... Ist nun jetzt schon lange her... Ist auch jetzt kein Gedenktag dafür... Aber... Ja... Ich war jetzt drin... Und habe euch jetzt davon erzählt... Können jetzt alle mal eine Minute... Daran denken... Und mal ein bisschen... Ja... Doch... Etwas... Ich habe den Opfer... Und du hast Gedenken... Ja... Ich würde sagen... Los geht's... Kleine Schweigeminute... Ich halte die Backen... Vielen Dank. Ja, ähm, sogar Ella hat sich halbwegs an die Schweigeminute gehalten, ja, halbwegs. Und, ähm, dann würde ich sagen, sollte euch das Video trotzdem, trotz des schweren Themas, vielleicht gerade deswegen, ein wenig gefallen haben. Und ihr nochmal mich über Themen reden, hören wollen, bewertet dieses Video positiv. Schreibt eure Erfahrungen gerne mit Konzentrationslagern und ähnlichen Gedenkstätten in den Kommentaren. Würde mich gerne, würde mich sehr freuen, würde ich gerne lesen, schöne Kommentare über solche Sachen. Und, ähm, ja, wie immer bei solchen Themen, morgen wird es dann wieder etwas angenehmer. Solltet ihr trotzdem ein bisschen unterhalten wollen, sein von diesem Video, würde ich mich über eure Unterstützung freuen. Lasst ein Abo da, seid ihr neu auf meiner Kanalseite und solltet ihr neue Videos nicht verpassen wollen. Und, ja, seid morgen wieder mit dabei, am 12. Macht's gut!